Hallo Leute und herzlich willkommen zu Modern Warfare 2. Wir fangen gleich an. Der Frischling, Sir. Also was ist Zoom überhaupt für ein Name? Nikolai ist mitten in der Hölle und wir werden ihn rausholen. Wir vergessen unsere Freunde nicht. Zakhaev. Imran Zakhaev. Mein Blut an Ihren Händen. Wir haben einen Raketen-Stab wiederholen. Wir haben einen Raketen-Stab. Wir haben einen Raketen-Stab. Wir haben einen Raketen-Stab. Wir haben den Raketen-Stab. Vielen später. Je mehr Dinge sich verändern, desto mehr bleibt gleich. Grenzen ändern sich, neue Mitspieler erscheinen, aber Macht findet immer einen Ort. Wir haben mit den Russen gekämpft und geblutet. War eigentlich klar, dass sie uns dafür hassen. Die Geschichte wird von Siegern geschrieben und ich dachte, wie wären das? Schaltet man einen Feind aus, finden sie einen noch schlimmeren Ersatz. Orte ändern sich. Der Grund. Das Ziel. Feinde von gestern sind die Rekruten von heute. Beten wir, dass sie sich nicht plötzlich entscheiden, dich zu hassen und die Seite zu wechseln. Jeden Tag die alte Leier. Sie wissen, was ich suche, Sergeant Foley. Halten Sie die Augen offen. Eine neue Gruppe geht durch die Gruppe, Sir. Ich schicke Ihnen den Besten. Und wie kommen wir das in Wien? Die alte Leier war Tag 1, 14.30 Uhr. Und wenn wir die UFC los verhindern, ist mit selber und aber da fernst du übrigens auf Afghanistan. Willkommen zu Abdrücken für Anfänger. Brian Allen gibt uns jetzt eine kleine Vorführung und zeigt uns, wie das gemacht wird. Nichts für ungut. Aber ich sehe schon jede Menge Leute hier aus der Hüftefeuer und ziellos um sich ballern. So verfehlt man nicht nur sämtliche Ziele, sondern das sieht auch scheiße aus. Private Allen, zeigen Sie ihnen, wovon ich rede. Okay. Gesehen? Deine Kugeln sind in alle Himmelsrichtungen geflogen. Man muss das Ziel anvisieren, indem man ruhig ist und die Zielvorrichtung benutzt. Private Allen, zeigen Sie unseren Freunden, wie die Rangers ein Ziel erledigen. Das ist gerade so viel zu viel. Erst ducken, dann das Ziel mit der Zielvorrichtung anvisieren. Wer ist nicht dabei? Wenn das Ziel fallen soll, muss man die Zielvorrichtung benutzen. Wenn sich das Ziel hinter leichter Deckung befindet, benötigt man Waffen, die durch sie das Ziel treffen. Der Private wird das demonstrieren. Zu guter Letzt muss man lernen, wie man eine Splittergranate wird. Mit einer Granate kann man gleich mehrere Ziele ausschalten. Die Splittergranaten neigen dazu, auf abschüssigem Gelände zu rollen. Das sollte man beim Werfen bedenken. Nein. Gut, danke für die Hilfe, Private Allen. Jetzt rüber zur Grube. General Shepard will sehen, wie sie den Kurs bestehen. Also dann, wer will zuerst? Ich will sehen, was sie so gelernt haben. Also Modewerfer 2 ist das Kaffee, ich esse hier nicht mehr das älteste, aber ich glaube, ich muss ja mal die Lautstärke ein bisschen unterstellen. Jetzt ist die Stimme zu leise. Geil. Geil. Das mag ich. Okay. Okay. Hey, Private, willkommen in der Grube. Ich habe gehört, General Shepard will einen Schützen aus unserer Eingriff für einen Spezialeinsatz. Er beobachtet uns von oben. Gut, jetzt zum Gewehr wechseln. Ja, ich hab fünf. Hau rein. Gut, jetzt wieder die Pistole nehmen. Wir sehen, wie schnell das ging. Nicht vergessen, zur Pistole zu wechseln ist schneller als nachleidend. Für die Kameras lächeln und treffen. Shepard schaut zu. Der beste Schütze kommt in den Prima-Donna-Trell. Wenn das was für sie ist. Okay, gehen Sie rein. Die Zeit beginnt mit dem ersten Ziel. Okay, man kann das ja so oft machen. Ich bin auf der Höhe der 0 und 7. Die Zielvorrichtung. Kämpfen Sie mit dem Lüster. Okay. 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 Okay, wir wiederholen das nochmal. Wir werden bereits sicher. Los, los, los! Scheiße, Mann, das ist gut. Wir haben einige Ziele verkehrt. Weiter! Die Zelle raus! Kürzen Sie mit dem Lüster. Bereich gesichert. Unterstrengt. Ja, natürlich. Zum Ausgang. Die Uhr recht. Oh, Mann. Hab schon schlechteres gesehen. Aber das geht besser. Auch zu Ihrem Team oder gehen Sie wieder rein in den Hochschule. Sie werden nicht überleben. Ihr auf Fähigkeiten werden spazisiert. Derartige Spiele. Für alle Spiele, die noch nie dauert. Wir werden das weiter. Gehen Sie nach oben und treffen Sie. Ich weiß nicht. Einflüter. Wie? Nein. Alle anze unter den Fahrzeugen. Drehen sie ab. Wenn eine roten Zone fest. Haben die Kontakt verloren. Alle Mann in die Fahrzeuge. Die rücken ab. Ich weiß nicht, was passiert. Wir sind die mächtigste Militärmacht in der Geschichte der Menschheit. Jeder Kampf gehört uns. Weil das, was hier passiert, drüben zählt. Wir werden das nicht aussitzen. Die Beherrschung der Techniken moderner Kriegsführung macht den Unterschied zwischen Gedeih und Verderben eures Volkes. Wir können euch keinen Frieden geben, aber wir können euch zeigen, wie ihr ihn herbeiführt. Und das, meine Freunde, ist mehr wert als eine ganze Armee aus Stahl. Sicher ist es wichtig, wer die größte Keule hat, aber viel wichtiger ist es, wer sie schwingt. Dies ist eine Zeit für Helden. Eine Zeit für Legenden. Die Geschichte wird von Siegern geschrieben. An die Arbeit. Wie gehen wir los? Auf dem Dalladebündchen mal fertig geladen hat. Also wir spielen in der Rolle von Joseph L. Und damit herzlich willkommen zu Modern Warfare 2. Der Anfang war ja richtig scheiße. Also herzlich willkommen zu Modern Warfare 2. Ich werde eigentlich pro Folge immer eine Mission spielen. Das wird eigentlich zeitlich reichen. Es geht eine Mission, die wahrscheinlich mit LSK 18 eingestuft ist. Ich werde wahrscheinlich alles so machen, was anstößig ist, etc. Mit 18 fokussieren, so dass ihr 18 Jahre sein müsst, damit ihr das sehen könnt, etc. Und ja. Aufstehen, freien Herder! Ihr Ranger übernehmen! Anstasy. Altasy. Andy. And endsometRE. Aren't you? Nations. Anstasy. And start. Anstasy. Hier Hunter 2-1, ohne genug Schlag beim Klagmann K2-2-1 in Mainz hatte. Ziel ist ein 30. zwölfkündiges Apartment gefordert, voller fröhliche Truppen aufwarten. Verwarten, wir gehen noch die Mütter und rüber. Hunter 2-1, hier Warlord, habe verstanden. Aber Devil 1-1, 2 F-15 Jäger, auf Meldung warten. Hunter 2-1, hier Devil 1-1, 2 F-15 Jäger, 1, 5 Meilen, Bereitschaft bei 3 Sierra, Nordwesten, Gebiet Neib, Ladung 2 J-Dams und 2 Harms, in Bereitschaft. Devil 1-1, Ziel ist ein weißes Röntgen, wie es Apartment gefordert, nach Badrad 2-5-2-1-7, die Rolle muss zerstört werden, in Norden. Auf der Brücke, oben, auf der 10 Uhr. Nähere Ziele, Ausgleichen! Auf der Brücke, eine Bedeutung! Bestätigt, Hunter 2-1. Angriff wird eingeleitet. Ziel erfasst. Was muss das denn? Hunter 2, Ruhe, rechts, es ist soweit, Vorrück. Wir rücken aus! Zurück ins Fahrzeug, da los! Mannion, drückt vor! Wir rücken vor, los! Wir sind unterwegs! Wir rücken jetzt aus! Reif! Wir sind unterwegs! Okay. Legen wir los. Wozu, baby? Was gebäude ist es? Das große auf ein Uhr! Hey Mann, welches Gebäude? Was groß auf ein Uhr! Hey Dave, welches ist es? Ist es das linke oder das rechte? Das linke. Ist das nicht etwas eng für das Sonderkommando? Sonderkommando, ich hätte ein Problem mitgefangen. Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Blödsinn! Oh, ja, Alter! Mannion, drückt vor! Okay, da, das kann Feuerstürz sein! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Und jetzt werden Sie noch mal mit. Hoh, ja! Und jetzt werden Sie noch mal mit. Verstanden, Hunter 2. Alle Hunter 2 Fahrtoge darf die Militzenausschau halten. Angriff erlaubt es nur, wenn Sie zuerst feuern. Die werden hier ja noch Feinden absuchen. Vorsichtig vorgeben. Haben Sie was zu sehen? Nein. Alles wie ausgestattet. Zinnungsstubeanwalt. Overlord, P-Hunter 2.1, überqueren Tunnel Harvey bei Straße Elisabeth. Roger, Hunter 2.1, vorsichtig vorwürgen. Aufpassen, dass wir im Wilden Westen haben. Roger. Aufgegessen. Ich gebe Deckung. Drei Beine, der Tor auf zu drei Beine vor. Wahrscheinlich Milizkämpfer. Sind Sie bewaffnet? Negativ. Sie beobachten uns nur. Ich wette Sie beobachten, Mensch. Heißt nicht, dass wir auf Sie schießen dürfen. Sieht sich jemanden! Sieht sich jemanden! Ich schübe und nicht! Alle Hunter-Fahrzeuge, hier Sachen Toli. Bereit machen zum Angriff. Dann rutscht das Feuer aus. In mehreren Richtungen. Dann gehen wir mal los! Dann gehen wir mal los! Nichts! Dann gehen wir mal los! Der Tor ist ja! Dann gehen wir mal los. Dann gehen wir mal los! Dann gehen wir mal los! Ich bin gestorben. Ich hab's gerade standen jetzt. Ich bin gestorben. Okay, ich hab gerade überhaupt nicht durchgesehen. Aber ich hab's auch okay. Ich hab's schon wieder gestorben. 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 ja mann gott ich bin schon zweimal gestorben scheiß sie sind verletzt gehen sie in Deckung dann soll sie mich irgendwie reinlassen sie müssen runter von der Straße 1 Uhr sind alle ok? ok sie befinden sich oben weg von den Fäntern und die obere Etage sicher los los die in Achseln sind alles aufgeschoben und die Flimandgranate da rein die Flimandgranate da rein die Flimandstabler in die Flimandstabler die Flimandstabler in die Flimandstabler die Flimandstabler sind die Flimandstabler sind Was ist das? 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 Vielen Dank.